Wir sind vor einer Woche nach Phoenix geflogen, Phoenix, Arizona und haben uns durch ein Mietauto geschnappt und sind jetzt die Etappe für das Race Across America oder die Strecke für das Race Across America abgefahren, etappenweise bis in die Rocky Mountains. Da waren wir circa fünf Tage unterwegs und dann sind wir in einer großen Reise zurück hergefahren nach Borrego Springs, wo wir jetzt gerade sind und das waren quasi so zwei große Blöcke vom Training. Zuerst einmal fünf Tage Ausdauertraining entlang der Strecken, die neue Strecken anschauen und jetzt noch einmal drei Tage in Borrego, die hitzig geworden werden, da in der Wüste. Wir haben da ein lässiges Motel, wo man nachher gut entspannen kann, wo man einen Pool dabei haben und zum Trainieren ist da eine super Umgebung. Es ist schön warm. Am Berg habe ich Kraft Ausdauertraining gemacht, noch einmal intensives Training vor dem Wettkampf Deutschland und heute steht da eine Ausfahrt in die Wüste am Programm. Ja, der Trainingsschwerpunkt heute ist eben auf die Hitze. Wir sind da auf null Meter Seehöhe circa und teilweise geht es sogar auf 20 Meter unter dem Meeresspiegel. Und da ist auch die Gegend, was am heißesten ist im ganzen Rennen. Da kommen wir gleich noch circa vier Stunden Fahrzeit beim Rennen durch. Der nächste Stopp auf unserer Vorbereitungstour ist dann Oceanside. Wir haben dann dort nur drei Tage Zeit für die letzten Besorgungen, für die letzten Vorbereitungen, wie wir dann die Autos einrichten, bekleben und den Start fertig machen. Wir haben Termine vom Rennen. Der Start zum Rennen ist dann am Mittwoch, zu Mittag Ortszeit und am neun am Abend in Österreich. Und da gehen dann 47 Solostarter ins Rennen und ich bin schon sehr gespannt und schon sehr aufgeregt und cool motiviert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.